wohnen da war schon mal gern da waren wir definitiv schon mal wenn sie da sind dann haben wir haben ein Spiel reingegangen freiheitlich und hier bis verdammt schon dass wir dann wieder fertig machen er das ist zwar so dass sie fertig machen bei der schon mal für künzeln wie wir es definitiv nicht so und über die Leichen raus zu sehen vielleicht können wir vielleicht irgendwem da vielleicht nicht jemand mit mir da kämpfen anscheinend nicht dann aus mit uns weit ist es ja doch nicht okay da müssen wir wissen definitiv dorthin aber vielleicht können wir müssen und dann nicht irgendwie so eine Taschenlampe oder so noch mal ja ja so ja können wir darüber tun ja schaut so jedenfalls verdammt danach aus dass wir durchgehen können oh das sieht man auch schon und das schaut wirklich wie ein Hochsicherstrakt aus oh man also das wäre nicht schlecht wenn man da gehen wir da mal kurz hin dass wir hier irgendwie Hilfe wir brauchen das sicher definitiv Hilfe aber da haben wir schon mal ein Scharfschützen schauen wir dass wir den erledigen können oder nee da kommen wir nicht mal rauf shit wie wollen wir ein Scharfschützen erledigen wenn wir da nicht mal rauf kommen ja das ist scheiße extrem scheiße hm okay schleichen wir uns einfach mal kurz vielleicht finden wir da irgendwie wow was ist denn das schon auch nicht nur so schlecht das nur würde ich halt gerne so näher das begutachten und schauen was denn das ist oh so ein Scharfschützen quer wäre jetzt eigentlich nicht immer so schlecht ah ich glaube das ist das ja schaut so verdammt danach aus und da haben wir schon wieder die nächste Patrouille dieses Lagerhaus ist ein Schlüsselstützpunkt der KVA von dort aus wird nicht nur Gas in die Tunnel gepumpt er fungiert auch als Auftank und Wiederaufrüstungsstation ihn zu erobern wäre ein gewaltiger Schlag für die Aktivitäten der KVA an diesem Gebiet ok 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 ah nice die Frage ist jetzt nur ähm Drohne die Drohne sch... die Drohne schleicht sich einfach das wär cool schauen dass wir hier mit mit unserer schallgedämpften Pistole da was ausrichten können was normalerweise sollten die mich eigentlich da die ich eigentlich nicht eher so wahrnehmen können aber ok ähm das sind ja das sind ja viele rote Punkte und wir wollen das ernsthaft alleine da regeln ok ok da hab ich mir wieder ein bisschen zu viel vorgenommen ich weiß was du jetzt denkst Brady aber es wäre verrückt mit einem Motorrad über die Mauer zu springen das sind ja überhaupt nicht gedacht überhaupt nicht aber cool wärs cool wärs aber für sterben ist es noch cooler oh ist jetzt meine Freunde oh ähm ja anwerben so ist das jetzt ok passt ok ok und Mist perfekt 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 so da ist noch einer da ist noch einer da ist noch einer ok passt du Bastard so dann haben wir dann mal uh lauf du lieber nicht zu weit nach draußen nicht dass wir dann noch näher gehen da da ist einer da ist einer warte 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 ja jetzt bin ich nur noch alleine shit was haben wir denn so schönes wie wir das nochmal mit meinem Partner die haben alle mehr gemacht richtig ich hab da gar nichts angestellt jetzt suchen sie wieder mich ich würde mir eigentlich das wirklich leicht tun Mist also wenn ich da genau auf die Flasche schießen würde möchte ich ihn locker fertig machen können wir flotern einfach die Sachen von meiner Kollegin geil schauen wir mal also sind die die meisten sind ja eigentlich jetzt oben und so schauen wir dass wir da vielleicht auch noch was blindern können hm aber ich würde mich da jetzt auch nicht zu weit raus trauen weil äh 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 was ist oh perfekt 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 nice und alter ich hab ne Drohne ich nicht gemacht und jeder drauf reagiert aber wenn ich so einen Typen mache und es gibt noch eine wunderschöne Explosion dann passiert nichts hm hm interessant sehr interessant schauen wir mal vielleicht können wir da ja irgendwie was öffnen oder sonst irgendwas schade da können wir nichts machen weil das wäre ja richtig gut wenn wir da so öffnen könnten und da kommen meine ganzen Leute rein und die würden dann da kann ich das kaputt machen schade aber ok wir müssen das wahrscheinlich gar nicht kaputt machen wir müssen wahrscheinlich je nur eigentlich im Prinzip alle mehr machen schön langsam schön langsam schön langsam wir haben keinen Stress gegen den Typen perfekt schade auf raus es ist alles richtig Meister dann plötzlich zum Hören. Hm. Oder vielleicht konnten sie einfach den anderen Kollegen eigentlich nicht so wirklich leiden. Kann auch nur wie gesagt. Uh. Vielleicht wenn wir das jetzt dann wieder aktivieren, kommt dann vielleicht wieder wieder. Aber probieren wir es. Probieren wir es einmal. Ja. Jetzt kommt es wieder. Komm schon, komm schon, komm schon. Und nochmal. Perfekt, perfekt. 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 Wow. Huh. Hallöchen Krone. Ähm. Sollten wir nicht lieber laufen? Oder? Ja. Wir haben es erledigt. Wir hätten gar nicht den Rest machen müssen. Cool. Also wir müssen eigentlich nur das drehen und dann haben wir es schon geschafft im Prinzip. Eigentlich richtig einfach. Oh. Also da haben wir dann auch noch gleich was daneben und so von der Mission. Tja. Mit diesem Stützpunkt in unserer Gewalt können wir uns freier in der Zone bewegen. Ja. Wie war das nochmal mit Freier? Oh. Okay. 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 Na, keine Wocke oder sonst irgendwie was. Oh. 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 Okay. So. Schauen wir mal kurz. Wir können sogar auf die Karte schon. Alter. So. Aber wie sollen wir da noch das Fleckchen? Vielleicht kommt da dann noch so eine bestimmte Mission oder so? So. Dann. Ja. Schauen wir mal, dass wir hier eine Schnellreise machen können, bevor ich dann rauszucke. So. Tja. Gib mir mal kurz. Ja. Wie schön. Ist das schon mal möglich? Ja. Jetzt ist es ja gut. Warte. Da drüben haben wir dann noch die Waffen. Schauen wir uns dann nochmal kurz um. viel money haben wir nicht aber wir hätten da noch diese spezial rote dings bombs da aufsätze wieder so viel money ausgeben so die klinik ist so wie ich es an den nirgends handbomben fernzünderspringstoff radius ja das ist das klingt sehr gut sogar das nehmen wir passt nur kurz warten wunderschön hängen geblieben wieder kurz so und schauen wir haben da kommt was jetzt ab jetzt haus ist so dann lager oder machen wir da machen wir das da und weg damit nie wir brauchen wir brauchen eigentlich wir nehmen uns die waffe danke schön danke schön sehr vielen dank immer lieber meine pistola ich nehme sogar viel lieber mein bist du es wie so ein maschinen schwer will die zittert aber ordentlich hier nicht giftig hier schaden ich zu würden noch aus untergehen sind auch schon wieder herum und so obwohl ich das eigentlich sogar befreit habe hier kann ich nämlich dich mit jetzt und ich kann mich da auch noch mitnehmen an der mehr ich komme einfach mit da rüber müssen wir darüber müssen wir so ja macht sie die drohne einfach fertig genau hat sie recht scheiß drohne weg die drohne holen wir uns da die medizin medizin alter benzin ist da drin scheiße schon nicht dass ich da jetzt jetzt haben wir uns ein bisschen was das ist wahrscheinlich wieder so eine mission so eine super ich habe schon mal sehr anlage ist für die kv aktivitäten in diesem gebiet äußerst wichtig wenn du diesen anschluss hacken kann wer weiß welche schmutzigen geheimnisse wir erfahren so passt alter ganz oft genau so klettern okay dann hacken wir sie mal ich bin es das also schon wieder okay okay aber auch immer viel mehr jetzt aber das ist einfach nur so nur dass sie ihr da bis zu mir entdeckt sind so cool und dankeschön 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 dann holen wir uns auch gleich das da oder grenzmauer perfekt dann haben wir wenigstens ob jetzt das komplette territorium der befreit weiß nicht ob ich nicht irgendwie erleben verließe so da ich bin der ihr bissel hakelig jetzt habe ich mir vielleicht sogar noch einen dritten an bord nehmen kann ich glaube ich habe mich ganz verliebt so damit jetzt muss ich dann schauen wie viele sind wir jetzt wirklich wir sind jetzt wirklich vier scheiße geil noch mal waren wir da jetzt mal kurz so hätte ich jetzt dann auch noch auf meine kollegen warten müssen aber das ist blöd so steigend verspringt der verrückte schütze richtig interessant dass die stelle gab es früher ein illegalen Lebensmittelmarkt bis die KVA ihn dicht gemacht hat ich sehe schon was wir müssen sehen noch killen ist es ist kommt 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 ja ich wisse es ist schon nach lange nach lange nach lange mann wieso muss er immer fliehen zack 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 bitteschön aber leider alles schon voll jetzt müssen wir nur noch da irgendwie schauen dass sie hier reinkommen können wir könnten wir kommen so nicht aber wir könnten vielleicht irgendwie was schieben oder so was haben wir denn da schönes das springen ist eher nicht so eine option würde ich sagen ne ne ach gehen wir vielleicht andere Seite vielleicht kommen wir da hier rauf irgendwie ja genau genau vielleicht kommen wir von oben da irgendwie was machen oder oder auch einfach nicht ne jetzt wäre ich werde jetzt auch irgendwie wieder so verliegen und so zack dann wären wir vielleicht da hin gewesen gute Frage wie kommen wir da rauf ich werde da vielleicht irgendwie näher das können wir auch nicht und da kommt ist da ein Scharfschütze ah da ist ein Scharfschütze oh ähm ich muss mich jetzt extra nur wegen dieses Arschloch da heilen ernsthaft und zack und zack 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 und haben wir das Arschloch? ja nur weil er sich da beim Turm da versteckt und so oh man oh man oh man Scharfschützen können wir da vielleicht ok da ok da nicht dass wir dann dann wieder eng bleiben ja vielleicht haben wir da irgendwie was da noch irgendwie irgendwie was zum schieben wenigstens so dass du das wär hier aha und bumm soll da weggehen ähm ok ich hab's mir schon gedacht ähm wann kommen wir das hin schauen wir uns da mal um oh da haben sie richtig einen Bunker da gemacht hier kleines Lagerfeuerlied hier Grenzmauer Operationsbasis errichtet nice oh ne Operationsbasis cool so dann haben wir das oh da haben sie sich eh schon alle versammelt und so nice schauen wir mal gute Arbeit Grady diese Essensvorräte werden viele Leute glücklich machen wir werden ihnen zeigen dass wir da sind um ihnen zu helfen ja einfach mal an werden ja einfach mal an werden so du auch gleich völlig außer hier ist Johnny's mögliche Sichtung Walkers in 8 London werde ich mir das mal ansehen ok passt nice wir überprüfen das du willst nur den ganzen Raum für dich haben Tom naja es gibt kein Wicht im Team und so'n Scheiß Tony ist dort also wir werden jetzt überprüfen ok 4 ist Maximum sooo dann gehen wir mit unserer Crew dorthin und machen sie fertig natürlich müssen wir jetzt da zu Fuß gehen weil wenn ich da jetzt wieder mit dem Motorrad da fahre dann bin ich da so schnell unterwegs und eindeutig auch beschissen unterwegs so dann gehen wir da mal so zuck was ist glaubt die da jetzt ja sie kommt da sogar durch cool 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 dass sie das schaffen was für ne Gratulation so dann schauen wir auch mal kurz auuuu kleine Rutschpartie hier dann schauen wir dass wir hier vielleicht mal kurz aha und wie Mist so schön zu so da waren sie nur noch drei entweder wie ich jetzt kollegin der fertig war die wollte er von mir in der trottel du trottel so komitiert ich hab für dich eine mission So, ja, du Pissnaker, du kommst mit mir nicht. Wir haben schon wieder eine Mission. Ich meine, eine Mission. Ja, wir haben jetzt die... Wir haben hier wieder eine SMS bekommen. Schauen wir mal kurz. Zack, zack, zack. Und schon wieder etwas müssen wir unbedingt antworten oder so. Und... Kipfel! Alter, ich hab auf den Kopf geschossen. Okay, wir müssen schauen, dass wir da... Zack, 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 zack. Und noch mal, noch mal, noch mal. Wir müssen unbedingt aufpassen, nicht, dass wir da... Nicht, dass die da... Oh, ähm. Oh, irgendjemand wird sich immer so eine Drohne geben. Die, was uns angreift, oder so. Krass, 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 krass. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Da oben, da oben, da oben ist noch einer. Mist. Da ist... Da ist noch einer Seite. Zack, 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 zack. Komm, 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 komm. Ein Luftchef näher sich. Versteht euch. Mist. Oh, oh. Nicht, dass der Große jetzt noch kommt. Na, warte, gehen wir da mal runter. Schauen wir, dass wir da irgendwie helfen können. Oh, passt nice. Das Ziel ist mal weg. Oh, ähm. Ich würde sagen, wir schleichen uns mal hier. Ha! Dann gehen wir da mal verziehen. Schauen wir... Oh. Okay, passt. Es ist nicht böse. So, dann hacken wir das einmal. Oder wir müssen wieder... Ja, einfach nur zum Terminal. Nichts machen. Einfach nur so... Zeit, drei Leute erledigen. Ein starker... Und so was uns schon wieder. Aber später wird es sicher extrem heftig. Also, das ist ja nur mal... Das ist ja eine Bereich. So, 14 Missionen gibt es bei dem Bereich. Das ist cool. Das ist cool. Schauen wir mal kurz. Die Beseitigung dieses Hochpostens wird die KVA daran hindern, unsere Aufenthaltsorte innerhalb... Mhm. Das ist schon ein großer Bereich. Und da nur mal 14. Dann hat man da auch wieder vier. Okay, da wird es dann wahrscheinlich immer so weitergehen und weiter. Da... ... zu lokalisieren und unsere Bewegungen schwerer nachvollziehbar machen. Gut gemacht. Bitteschön. Du, Herr Oberster, draußen wacht Boston, als wären Sie aus der Bude gekommen. Ja. Wir haben... Sorry, außer Tony spricht. Was gibt's für Neuigkeiten, Tone? Wir haben einen Clapper erwischt und ihn nach Walker befragt. Haben Sie sogar von der Brücke bauen lassen? Aber nichts. Also, haben wir ihn losgelassen. Was? Du hast ihn... Egal, dass du scheitern hast. Schönen, dass du dabei bist, Brady. Niemand muss noch was wissen. Aha, da haben wir dann auch wieder unsere Munde... Alter, unsere... Ja, unsere Gesundheit und da haben wir dann wieder... ... unsere Aufträge. Da müssen wir dann wahrscheinlich ein bestimmtes Kicken und so alles. Das zeige ich euch dann eh noch natürlich alles. Das mache ich jetzt aber noch nicht. Mache ich dann später. So... Wir haben jetzt dann noch... Ja, wir haben jetzt dann noch sechs Missionen. Alle, das sechs Missionen... Das ist ja wirklich hier aber... Viel hier noch. Also für das kleine... Stückchen nur... Hm, Respekt. Na, dock noch. Dann kann ich ja nur sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.